So, hi Leute und willkommen zurück zu Aua, wir sind getroffen. One man down, one man down, blackhawk down, blackhawk down. Ich komme auch runtergeschossen. So stimmt, Ball war. Es geht ja schon gleich gut los. Geh weg von mir. Au. Ja, eigentlich wollten wir gerade eine Runde Minecraft starten, aber Minecraft hat so gesagt, nö, heute nicht. Ich habe gesagt, moin, bitte sag mal rein. Dementsprechend brutzeln wir jetzt hier einfach mal eine Magiker noch ein bisschen was weg. Heute leider in einer recht kurzen Session, das kann man schon mal von vorne weg so sagen. Aua. Aber egal. Irgendwie Kackschild, ich habe fast was Böses gesagt. Na klar. Aua. Stirb, stirb du. Du Hünd. Mein Schwert ist zu schwach für ihn. Ja genau, ich sniper genau durch. Ich helde. Aua. Achtung, 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 Feuerblitz. Hey, ich habe ihn nicht getroffen. Meine Güte sind die lästig. Ähm. So. Ich habe ihn eingefrostet. Froster ist für alle. Äh, ey, ich bin getroffen. Äh, wie konnte ich dich nochmal wiederbeleben? Ähm, das war Blitz und, äh, Leben. Ich bin doch alt und vergesse. Au. Ist dir ein paar Teistrahl verpasst? Keine Ahnung. Ah. Ich glaube nicht. Ich bin eingefrossen. Feierblitz. Von denen kommen noch ein paar kleiner. Irgendwie sind die Gegend Blitze immun, habe ich das Gefühl. Das ist, das ist das. Du musst, du musst erst durch das Schild durch. Alter, der hat mich gerade gewohnt. Ich bin eigentlich voll. Arschloch, fühl ich. Ne, ich habe auch noch Schaden auf dich gemacht. Du hast Schaden auf mich gemacht, so arglässig. So. Kommt was, kommt was? Kommt irgendwann was? Achso, da kommt aber kein Schuss. Oh, Blitgänger. Scheiße. Und lag meine Leiche. Das ist so bedrückt, seine eigene Leiche zu ziehen. Nochmal hoch. Hallo, willkommen aus Habendil. Wir sind nicht Käse. Da ist einer, da ist einer. Bäm. Autsch. Warum wird die Schaf geschossen? Ich finde sie wirklich. Aua. Sie beschießen mich, die Schweine. Die wissen, wer gefährlich ist. Das ist ja groß. Feuerblitz. Ich habe vergessen, wie man den Donnerkeil macht. Nein. Nein, der ist wichtig. Ich habe vergessen, wie man das erste Talent davon macht. Das ist das Problem. Hilfe, Hilfe. Lass dir mich in Ruhe. Aua. Hört auf, hier mit scheiß Zeug zu schießen. Das schmeiß ich in Meteoritenschauer. Das wollt ihr alle nicht. Nee, eigentlich nicht. Weißt du, wie war denn das? Ich scroll halt einfach mal durch. Ja, ich weiß, das war dieses Kombinationssymbol. Aber das habe ich vergessen, wie das war. Welches Kombinationssymbol ist es mit zwei? Das weißt du davon. Wasser und Eis. Äh, ja, Wasser und Frost. Also Q und R. Ah, stimmt. Hast du recht. Klar, ich bin nicht da recht. Wie fair. Au. Ich bin tot. Ups. Äh, was war das? B und A. Ah, genau. Ich habe mir eingefrossen, du Arsch. Ich habe mir die ganze Zeit von so scheiß Meteoriten abgeschossen. Ich habe mir die Schnauze voll. Ich kriege nicht wieder. Das ist gerade echt ein bisschen stressig hier. Ich habe mich schon wieder abgeschossen. Danke. Bist du sicher? So? So. Ne, so war das Symbol nicht. Du musst es auf die Erde positionieren. Zündest du es ab, ne? Ja, ja, das weiß ich. Kannst du mich wieder übernehmen? Kannst du mich wieder übernehmen? Äh, warum? Ne, weil ich tot bin. Weil du auch zuerst bist. Mich hat er auch weggeschossen. Der hat eine fette Waffe. Der hat eine fette Waffe, Mann. Ja, und ich muss erst den Blitz eben noch einmal rausbekommen, denn... Ja, wir haben hier keine Zeit für den Blitze rausbekommen. Wir sind im Krieg, Mann. Ne, das ist das Eis-Symbol. Das sei eigentlich nicht. Damit macht man das. Geh mal kurz auf den Donnerkeil, bitte. Das ist, das ist, das ist aber Feuer und, äh, Watte, äh, Wasser? Ne, Feuer, Wasser hebt sich gegenseitig auf, oder? Nein, nein, das ist Feuer, Wasser und das ist Dampf. Stimmt. Das könnte sein. Ja. Wo, dass ich da nicht stand. Kommt schon wieder das ganze Geschützzeug hier. Komm mal hier rüber. Äh, ja, klar. Die stehen auf einer Ebene unter uns. Jawoll. Da hat er es wieder. Hilfe. Ah. Der saugt mich aus. Weg. Wow. Na, nein, ich bin tot. Nein. Musst du dich tot sein. Hilfe. Ne, was wollte ich hier. Was wollte ich? Au. Der hat mich durch den W. geschossen. Dich auch übrigens. Danke. Ich brauche mal einen Anstieg in den Zauber drinnen. Meteoritenschauer. Das klingt doch gut. Was ist das nur? Mach dir eine Feuerwehr. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Der kommt runter. Auf. Deine Mörder ist auch ein Witze da oben. Der soll mal runterkommen. Ich muss mich nicht durch die Gegend. Das mag ich. Oh Gott. Entschuldigung. Nein. Mutti. Mutti. Verlebt mich wieder. Ja, warte. Ah. Oh, mein Dauerbaum. Jo, das haben wir. Jetzt haben wir es ihm gegeben, ey. So. Was ist mit dem noch weg, so? Ja. Stress. Gleich so. Das ist mein Dekker. Vielleicht sowas am Anfang wieder, ey. Soll ich dir nochmal einen Zauber zeigen? Hey, cool. Wie war das? Das Schrift, ne? Du hörst, ne. Das war, das war ein Feuersturm, nennt er sich. Ah, okay. Lass mich in Ruhe, du Mist-Sau. Ich bin tot. What's please? Danke. Da unten sind noch mehr. Ich heile dich. So. Oh, Alter. Das war schlecht. Das ist auch schlecht. Entschuldige bitte. Wasserfeuer, Damm. Wow, Alter. alles cool da hat man halt auch sogar keine schadensabfrage irgendwie so von mussten viele schilder hat den großen an dem käfig umgedient ist okay ich glaube ich brauche wenig und bestimmt kann man seinen hammer aufheben leider nein also zumindest ich bin die anzeige stimmt also ich kann ihn aufnehmen da ist bei mir riesen hammer der riesigen schmerzen das ja riesig ich glaube wir müssen da runter so könnte man sich nicht warte ich weiß doch gar nicht für die ganzen skills asf und leertaste konnte man sich hier umge teleportieren ich glaube den zauber haben wir noch nicht gefunden deswegen können wir ihn nicht machen abschutz auf den desktop verwirrung kann sein warum steht einer mama hier in den donnerblitz hoch computer sagt nein alter alter vater ich bin tot müssen wir irgendwie mal hochkommen wenn wir sterben kommen wir hoch ich glaube so ist das auch vom spiel her geplant oder okay ich 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 gebe dir von hinten deckung und du glipfst die da oben ist gar nicht mehr hin ich merke los schaffst weiter geht es kein toter da musste man nicht irgendwie knöpfchen aktivieren ich habe das irgendwie so leicht in erinnerung das etwas öfter aber hier haben wir kein knöpfchen zum aktivieren da oben ist einer da oben haben wir nicht doch schon teleport zeitserung zunichten absucht und desktop verwirrung aber nicht vielleicht sind wir es irgendwo hallo entschuldigung haben sie hier irgendwo zauber von sich gesehen hier geht es noch irgendwo hoch ich habe da was gefunden glaube ich alter dieser donnerkeit ist einfach zu mächtig irgendwie schlacht so hier ist der hauptschalter dann gucken wir mal gestolpert oh jetzt ist ja auch die klappe aufgegangen mein gott das riesige monster es rausgekommen ha 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 neul ist gilt uns buch was das termine geworfen was ich dass eine bombe Glaub ich, oder so. Ja, geht weg. Scheiße, ich bin tot. Ich auch übrigens. Nein! Nein! Sneak! 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 Schön. Halt mal schön. Hey, wir sind hier oben. Cool. Ein Tesla-Stab. Ich hab ein schlechtes Gefühl dabei. Wie konnte man denn gleich noch Stäbe benutzen? Au! Wir haben große Viecher rausgelassen, das ist ein Problem. Das ist jetzt irgendwie uncool. Find ich auch. Vor allem das so uncool. Ja, und dass ich gerade ganz viel Schaden rein bekomme. Ja, wenn du unten stirbst, dann ist das gut. Dann kann ich dich hier oben wiederbeleben. Ich sterb mal da unten. Alter, wie ich es nicht hinbekomme. So, bin tot. Gut. Okay. Jetzt kommt. So. Alter. Bin mir im Sack. Das bin ich. Feuer frei. Oh! Und Bombe! So! Hey! Du bist gescheßt hier. Die Tür ist zu. Hallo? Mutti? Sorry Mario, but the princess is in another castle. Scheiße. Scheiße. Keine Prinzessin für uns. Hier ist nur einer. Zacken wir ihnen. Mit dem Schwert. Vorsichtig, vorsichtig. Es wird langsam ran pass. Okay, jetzt kommt da noch irgendwas raus. Ja, natürlich. Also noch größere Viecher, oder? Der Jochen. Das ist der Jochen und der Klausi, ne? Und die haben ein paar Freunde mitgebracht. Alter! Alter! Ja, ist klar. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das war mein Problem. Ähm, wie hat man Minen gelegt? So. So nicht. Nein, das war's nicht. Nein, das war's nicht. Nein, das war's nicht. Nein, das war's nicht. Ich... Die Minen hast du zusammengezogen. Ich bin tot. Boah! Schutz! Die stehen hier ziemlich doof. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Ich bin meine bessere Position. Ich bin tot. Okay. Ja, ich bin tot. Nein, das war's nicht. Ich bin tot. Ich bin tot verfassert. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. gut wir holen unsere super power kampfkünste raus habe ich hier gerade gemacht ich sterbe ich sterbe ich will nicht sterben 14.000 damit hallo wieso hat es mir zauber nicht abgeschossen äh Hilfe Hilfe tot übrigens oh oh cool das ist ein zauberer Hilfe genau nicht tot du bist auch nicht tot du bist auch nicht tot jetzt aber ah, falsche Zauber die Versorgung geht weg ihr Mist Schweine sterbt doch einfach boah wie knapp ich den bitte gerade abgefangen habe den Strahlen neun 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 woran bin ich jetzt gestorben? was war das? das war Feuer hey wir haben den Typen auch erwischt win win situation ich würd sagen wir einigen uns auf unentschieden wir haben bisher noch nichts geschafft heute oder? nö und du musst gleich wieder aufhören ja ne nein komm nicht rein aua aua der hat mich zu mensch ich hab's gesehen bei mir ist nicht mal ne blutige Masse übrig geblieben obwohl doch die ist übrig geblieben da war auch nicht viel gefehlt bei dir gerade das hätte ich mir machen nö nö komm wir nicht hoch alter kommt schon Leute leckum hier am Arsch hast du wieder Belebungen? ja ja ich probes ja na herzlichen Glückwunsch nochmal? ja bitte oh man alter das ist doch echt nicht krass ich bin auch tot oooh ich würd sagen wir lassen das für heute wir sind solche Skiller mit diesem unglaublichen Skill den wir hier halt zum Tage gelegt haben also den wir gezeigt haben da würd ich sagen beenden wir das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tja versuch uns dann einfach morgen nochmal was das dann vielleicht besser ist das 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 nochmal jubi und dann reiten wir los also ciao Leute ja gut maß gut Leute bis zum nächsten Mal und dann vielleicht ein bisschen Erfolg be Menge hoffentlich tja 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 tja